Yo Leute, was geht ab? Richtig geiles Wetter hier Wahrscheinlich auch mega laut für euch Es stürmt, äh stürmt Stürmt kann man ja so nicht sagen, aber es ist auf jeden Fall stürmisches Wetter Sieht man es vielleicht an dem Fell Von der Kleinen, oder man hört es auch an der Tonspur Denn der Wind macht wahrscheinlich Und jo, wir setzen uns erstmal hin Eieieiei, wie alten Hasen Heute gibt's nämlich gar nichts so zu erzählen Alles ist fein, so wie sich das gehört Hallo Hehehehe Eila, komm her Ja, wir haben nichts zu erzählen, ne Was sollten wir erzählen? Gibt eigentlich nichts Neues Diese Woche recht ruhig gewesen Ziemlich viele Streams gewesen Sehr viel DayZ gewesen Drei Folgen, falls ihr die noch nicht geguckt habt, ne Link ist unten natürlich War ne ziemlich coole Trilogie Kam super gut an bei den Zuschauern Außer ein Teil Da hab ich nen kleinen Renderfehler gemacht Und dadurch wird grad Oder wurde gleich so ein Elefant gemacht Aus einer kleinen Mücke Aber passiert auch mal Wenn man viel arbeitet, wenn man studieren geht Wenn man noch Videos schneidet und gleichzeitig streamt Für euch Kann man auch mal sich einen Fehler erlauben, oder? Der Weitwinkel sieht ziemlich cool aus Der Weitwinkel sieht ziemlich cool aus Hehehehe Ich find die Kamera voll lustig Hehehehe Nicht weiter gehen Du wartest auf mich Ja Leute, was gibt's zu erzählen? Zur Zeit Also wir haben jetzt noch ein bisschen aufgenommen Zurzeit schneide ich Kommen jetzt wieder ein paar Kisten Hoffentlich aus den Streams Hab ich zusammengeschnitten Ähm DayZ haben wir jetzt zur Zeit Von der Mod her wenig Müssen wir mal wieder aufnehmen Dann hab ich nämlich letzte Woche alles rausgehauen Standalone hab ich noch extremst viel Fang ich auch noch diese oder nächste Woche an Das rauszuhauen Da ist das auch mit nem anderen YouTuber Aber sonst, was haben wir denn da? TTT wollen wir am Samstag aufnehmen Hoffentlich klappt das Man weiß es nicht Ihr müsst wissen YouTuber unter sich Ähm Extrem unzuverlässig Was Termineinheiten angeht Sonst versuch ich zur Zeit Extrem viel zu streamen für euch Für die Leute die Ferien haben Dass die abends mal was zum Gucken haben Falls nichts im Fernsehen läuft Falls die nicht feiern gehen oder so Ne? Jetzt guck ich Da hinten ist die Sonne Ich weiß gar nicht ob man mich sieht Oder ob ich überhell bin Spassi Diese Mucker Diese verrückte Mongo Ja Und sonst Hashtag U-Bahn-Ficker Die Stream-Leute unter euch die wissen was da abgeht Der Joko und Klaas Und sonst Ich wüsste gar nicht was ich erzählen wollte Ich könnte doch ich könnte was erzählen Ich würde ein Unboxing machen Ich weiß nicht ob ich das auf YouTube oder auf äh Tweetche mache Die Tweetche Leute hab ich schon mal gespoilert Ich hab mir so ein Paket mehr gekauft Ich hab Schätz anboxen Na schon Ist ne lustige Sache Eigentlich ist es mega dumm Aber weil es so dumm ist Ist es mega lustig Jo Sonst Leute Genießt diese Aussicht Bald haben wir Winter Bald gibt es das ganze hier nicht mehr Guck mal da hinten sind Pferde Und wenn die Lasagne läuft Ai 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 Diese Mucker Diese Mucker Diese verrückte Mongo Sonst Leute Möchte ich mich nochmal bei euch bedanken Wir haben jetzt bald die 11.000 Abonnenten Da fehlen nicht mehr viele Wir hatten vor kurzem erst die 10 Jetzt schon die 11 Das geht super duper schnell Und auf Twitch geht das einfach alles Noch viel 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 schneller Das ist einfach ungemein heftig Wie schnell das geht Und jetzt guck mal was wir hier haben Hey Komm Pass auf Wir werden die mal locken Wir nehmen jetzt hier so ein Grasbündel Wir reißen den Eifold aus Umweltbeschädigung Greenpeace Und jetzt Moment Jetzt muss ich einmal die Cam drehen Ja du hässliches Viech Jetzt pass mal auf was wir machen werden Oh ja Oh oh Da will jemand betteln Guck Guck Da haben wir es hingeworfen Hallo Weee 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 Voll wie langweilig ein Viecher Aber schaut mal was wir da hinten haben Ich weiß nicht ob man das sieht Vielleicht sieht man das so ganz leid Ne sieht man glaube ich nicht Weitwinkel Aber ich kann vielleicht cheaten Pass auf Mila komm mit Ich cheate vielleicht Hier ist nämlich so eine kleine Hecke Ja Weißt du was ich jetzt einfach machen werde Wär dass die Cam über die Hecke halten Ich muss nur die Viecher angehen Wandernd finden da auf eins Wandernd finden da auf eins Na hat man es gesehen Ich habe gecheatet Wallhack über die Wand geguckt Na ja Leute Dann haben wir wieder den Bildschirm Ich finde die Cam über doch voll lustig Winge coole Cam über da Da hinten sind Pferde Da hinten sind Pferde Wenn wir Pferde besuchen gehen Pferde sind langweilig Ich glaube Ich bring Mila nach Hause Dann jogge ich noch eine Runde Und dann geht es für mich auch wieder nach Hause Und dann fange ich an zu streamen Was also für euch gestern ist Weil heute Dienstag ist Für euch ist Mittwoch Aber ne Zeitrechnen Rückwärts Tududu Hohe Mathematik Wieso studiert man? Um sowas trechnen zu können So ein Scheiß Oh guck mal da haben wir eine Lebelle Und weg ist sie Weg ist die Lebelle So ein Scheiß Mila komm Komm her Komm noch her Zu süß die Kleine Zu süß die Kleine Leute haut rein Bis zum nächsten Morgen Ciao